Filter-Elemente mit Pure Power von Bosch Rexroth Das neue Filtrationskonzept von Rexroth bietet ab sofort die neuen Filter-Elemente mit Pure Power an. Diese nehmen jetzt bis zu 50% mehr Schmutz auf. Elektrisch leitfähiges Vlies als Standard, welches die Gefahr von elektrostatischen Auf- und Entladungen minimiert. Ergebnis? Reduzierte Total Cost of Ownership. Eine sechslagige Materialkombination mit drei Glasfaserschichten. Die erste und die letzte Lage stellen das Stützgewebe dar. Dazwischen die drei Mikroglas-Schichten mit elektrisch leitfähigem Vlies für optimale Filtrationsergebnisse. Das elektrisch leitfähige Schutz fließt zur Reduzierung elektrostatischer Auf- und Entladung im Filter. Die Hauptfilter-Schicht stellt die Nennfilter-Feinheit sicher. Pure Power ist erhältlich in den Feinheiten 1, 3, 6, 10 und 20 µ. Die Zwischenfilter-Schicht dient der Entlastung der Hauptfilter-Schicht. Sie ist gröber als die Hauptfilter-Schicht. Die Vorfilter-Schicht hält die größten Partikel zurück und entlastet damit die Zwischen- und Hauptfilter-Schicht. Filter erhöhen die Verfügbarkeit und Lebensdauer hydraulischer Anlagen. Rexroth-Filter-Elemente mit Pure Power reduzieren die Kosten über den gesamten Lebenszyklus gleich mehrfach. Mehr Schmutzaufnahme und damit mehr Standzeit. Das Resultat? Verlängerte Wechselintervalle. Filterelemente mit Pure Power von Bosch Rexroth. Filterelemente mit Pure Power hoje im Gauntlet. Filterelemente mit Pure Power Es für Huhnlethäuser. Filterelemente mit Fabron 좋아. Abonniertan wir für innerhalb der Abonniert die exponentielle Expärmedweise B infrastruktur,